moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen rumgeirrt. Keine Ahnung, wo wir hin mussten. Hatten wir uns noch mal hier im Terreni-Turm und im Grab von Dysandos noch mal versucht umzusehen, in der Hoffnung, dass da irgendwie was kommt, dass wir weiter kommen, vorankommen. Und ich würde es jetzt heute noch mal in Veyrest mit Elysianer versuchen. Dann reisen wir da auch jetzt genau hin. Und wir müssen jetzt ein paar Zivilisten mal hier verspeilen, verschnabulieren. Da haben wir schon mal einen. Okay, das hat gereicht. So, dann setzen wir die wieder auf. Und dann gehen wir mal hier in Richtung Palast wieder. Und gucken, dass wir mal vielleicht mit Elysianer da quatschen. Beziehungsweise, was ich auch vom Überlegen bin, ist hier, wie heißt die da nochmal? Minisera auch noch anzuquatschen. Dann müssen wir gleich eventuell wieder zurück nach Daggerfall. Und wir müssen zusehen, dass wir jetzt endlich auch mal die vollständige Daedra-Rüstung kriegen. Das wäre Töfte. Das ist aber auch so nebelig hier gerade. So, da wären wir. Dann gehen wir da mal rein. So, wenn das auch mal laden würde. Jo. Und das ist die Elysianer. Okay, hier steht jetzt nichts. Okay. Steht hier wirklich nichts. Location, people, things, work. Uh, how would you like to have a lovely Saphir from my treasure, Max? My alchemist has ordered a very rare ingredient he needs for an impotent experiment. We need someone to pick it up. Do you think you could handle that, Max? Ja, komm, mach mal. Excellent, Max. I knew you would be, uh, be game. Take this turkish down to Greyville Kurtz, best portherbs, in Greyville Kurtz. There is a well-to-do merchant there, uh, by the name of Bedester Greencroft. Ask him to give you the giant scorpion stinger he's brought up from the soap. Make sure you are there and back in 11 days, all right then. Max, I'm relying on you. Don't make me regret it. Okay, dann haben wir erst mal für sie eine neue Quest. Aber ich habe gerade auch keinen Plan, was ich dann sonst machen muss. So, so. Dann machen wir eben erst mal wieder so eine Quest. Hier. Äh, bei Princes Morgi auf Castle Varys, fresh giant scorpion stinger for her from Bedester Greencroft in 11 days. Bedester Greencroft is in Greyville Kurtz, best perhaps in Greyville Kurtz. So, okay. Greyville Kurtz. Äh, nee. Grey... Greyville Kurtz, da haben wir's. Bis dahin muss ich. Okay, dann reisen wir mal da hin. Oh! Yo, haben wir wieder, äh... ...ne neue Dingens hier. Okay, dann würde ich sagen, was können wir mal machen? Wir könnten hier Glück auch mal wieder ein bisschen höher setzen. Level 12 sind wir jetzt. So, okay. Wo haben wir... Jo, es ist wohl eine große Siedlung hier. Warte mal, wie sieht das jetzt hier aus? Hier... Okay, Speed sind wir bei 96 und alles andere hier 100. Dies, dies, dies und dies müssen wir auch irgendwie... sooo... wahrscheinlich Taverne... ...ne... ...ne... ...leute... ...ne... 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 ...nochmal schauen... ...best... ...potherbs... ...best trading... ...ne... 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 ...hier auch nicht... ...hier... ...ääh... ...west of here, unless I'm mistaken. Okay, Westen. Die Richtung. Da muss ich hin. Habe ich total vergessen, dass das, äh... ...hier, das müsste es sein. Ist er da? Nö? Das ist der Dude. Und du musst du Max, senden von Prinzess Morgia, ja? Well, da ist der Giant Scorpion Stinger, die sie wollte. Du besser gehörst mit ihm. Her Alchemist hat sehr starkes Gefühl über die freshness der Ingedienste. Misplaced, natürlich. Giant Scorpion Stinger hat nicht verraten. Still you know, what they say about one man's poison. Now hurry along. Alles klar, dann zurück nach Vairith, die Hauptstadt. So, Wegesruhe. Dann lief man das mal eben schnell ab. Ist aber auch ganz schön spät geworden. Beziehungsweise... Ne, morgens. Okay. Können wir hier so drüber, ne? Aber hier müsste auch irgendwo dann ein Eingang sein. Da, da ist der Weg hinein. Wo ist die Hütte? Wir nehmen die doch. Ich wollte schon sagen, wo ist die hin? Kann doch nicht sein, dass man so eine Riesenhütte hier nichts sieht, übersieht. Und hier. Gut timing, Max. My Alchemist will be so pleased. It is a most excellent Giant Scorpion Stinger. As I promised. Here is your Saphir. Pretty, isn't it? Was ist denn der Wert? Ja, 375 geht. Aber ich glaube, wir kommen jetzt erstmal noch nicht weiter. I need someone to bring a certain item to a contact of mine in Bucking's Degrange. You will receive an item in return. If you bring that item back to me, I will happy to reward you with 1177 gold pieces. Do you agree? Ja, komm, mach, ne? Very good. Take this bar of gold and bring it to a certain blonde aristocrat called Veteran Ashem. In a place called the Bucking's Degrange. You will need to move quickly, Veteran Ashem isn't in the habit of waiting around for Lagarde careers. Very well. Good luck to you, Max. I will expect you back in 149 days. 150 target. Das heißt dann wahrscheinlich, dass es nicht hier im Start of Vairist sein könnte. So. The Bucking's Degrange and Bucking's Degrange with a bar gold. Und ein, äh, okay. Bucking's Degrange. Bucking's Degrange. Bucking's Degrange. Wieso sind die alle immer so froh, mich zu sehen? Marvellous, Max. I do adore gold, don't you? Well, you'll get your share once you've returned this particular longsword to Princess Elysiana. I hope you'll remember the way back to Vairist. Okay, Quest erfüllt. Gibt es sonst noch irgendwas? Nope. Ah, ja, Bandschrank. Gut, dann gehen wir mal wieder. Und so, auf nach Vairist. So, sind wir jetzt sogar im Norden. Oh, wir werden attackiert. Irgendjemand will das Schwert haben. So, Buri sind das im Inventar. Da haben wir es. Longsword. Stahlschwert. Stahl-Langschwert. Magischen. Okay. Da würde ich dann schon lieber auf die Däderischen Dinger zurückgreifen wollen. So. Dann haben wir das für sie erledigt. Excellent, Max. You've returned with my enchanted longsword, as promised. I hear that you ran into some trouble on the road, and I was beginning to worry that you were lost to us. As a token of my appreciation for a job well done, I am adding a magic malachite to the 1170 gold I originally promised. I am sure we will make use of your services again in the near future. Thank you. Ähm, jo. Ja, wir wurden zwar angegriffen, aber, ähm, das war jetzt kein Stress. Ja, aber ich glaube, hier macht es gar keinen Sinn, erst mal zu sein. Dann müssen wir vielleicht wirklich zurück nach Daggerfall. Hier. Hallo. Da wären wir. Was sagt denn die Uhr? 15.17 Uhr. Und ich bin gesund. Healthy. Immerhin. Was ist das denn für ein Nebel? Boah, die Frage, die ich mir jetzt stelle, kommen die Geister jetzt noch abends hier, nachts, und rufen dann Vengeance. Ich gehe mal aus, nicht mehr. So, dann können wir hier eben schauen, wo wir den Stuff verkaufen. So, beziehungsweise, ich könnte hier auch einmal in den Laden gehen und gucken. Dedrick Wakizashi ist jetzt nicht das, was ich will. Wenn schon eher Katana. Wir müssen aber wirklich unser Glück hier weiter nach oben setzen. Ja, komm, ich will hier rum. Umso höher unser Glück ist, umso mehr gehe ich mal von raus, kriegen wir so den geilen Stuff. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen was machen. Also, die stehen und so hält man sich auch so spät. Okay, hier hat er nichts. Obwohl, hier waren wir schon. Okay, der hat nichts, was ich haben will. So, dann wo war noch mal? Hier im Norden direkt. Wie soll es so rum? Schauen wir mal, ob wir mit der hier in Mini-Sera mal quatschen können. Und so. Okay, yes. Hier war Mini-Sera. Würde ich sagen, machen wir hier. Klein safe game. Wenn wir dann... Äh... So, dann quatschen wir mal mit ihr. Können wir nicht. Nope, bitte nicht. Ja, okay. Dann gehen wir mal lieber. Okay, ich habe jetzt gerade gar keinen Plan, wie wir weitermachen. Null Plan. Vielleicht steht da noch irgendwie was. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas in den Briefen. Den wollten, der ist egal. Prinz-Lotum, Castle Sentinel und Morgia, Princes of Veyrist. Ich habe momentan gar keine Ahnung, wie wir weitermachen. Warte mal. Wir haben noch die Möglichkeit, hier nach Orsinium zu gehen. Hier. Das haben wir vergessen. Und dann mit dem Orkkönig hier zu quatschen. Das bleibt ja auch noch. Wo ist denn der Eingang? So. Sind die jetzt verbündet oder feindlich? Ich gehe mal von aus, die sind verbündet. Jetzt. Kann ich auch nichts. Hä, was ist mit dem jetzt? Okay. Egal, dann gönnen wir uns mal den ganzen Staff von denen. Was ist mit dir? Was? Ach ne, jetzt bin ich hier. Egal, das hat uns nichts gebracht, da reinzugehen. Aber Orsinium auch nichts. Hat jetzt gar nichts gebraucht. Und was ist denn mit meiner Gesundheit? Was war denn da gerade los? Oder war der einfach nur so overpowered? Ich weiß es nicht. Aber dann können wir hier eben die Läden mal abklappern. In der Hoffnung, dass wir hier vielleicht noch irgendwas Delpersches bekommen. Wie sieht es eigentlich mit meinen Dings hier aus? Hier sind wir ein bisschen runtergegangen. Da Broward minus 2. Die Beskill sind wir auf 0. Die Bella sind wir auf 20. Aber sonst kriegen wir ja nirgends irgendwie ja, also neue, neuen Staff. So, und im Wagen habe ich jetzt nichts? Okay. Wie sieht es hier aus? Ich finde was Delpersches ist. Delperschose oder sowas. Na, wäre gut. Oder ein Delpersches Schild. Irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was die bringen. So, was haben wir hier? Gut, dann gehen wir hier wieder. Irgendjemand muss doch... Warte, hier haben wir noch nicht. Ja, okay. Dann lassen wir das mal. So, dann haben wir hier noch zwei Läden. So, und dann schauen wir mal. Äh, hier. Da ist er. Ich hoffe, der hat was. Warte mal, sind wir jetzt noch auf Level 12? Ja, hier haben wir das schon gemacht. Nein, hier ist nichts. Hier ist nichts. Ich hätte schon gern was Delpersches. So, okay. Dann gehen wir hier wieder raus. Und davon war ja der nächste Laden. Oder? Ne, das ist die falsche Richtung. Und da war der nächste Laden. Achso, war ein Bücherladen. Hier waren wir schon. Dann fehlen die drei. Im Osten. Südosten. Gehen wir da auch noch mal hin. Dann schauen wir mal, ob wir vielleicht doch noch was finden. Das falsche Dädrick. Dädrick Broadsword brauchen wir nicht. Ich hätte... Aber habt ihr gesehen? Glück ist ein bisschen höher. Jetzt finden wir mehr Dädrick in den Läden. Wir müssen auf Glück gehen. So, dann schauen wir hier auch noch einmal. Mit Riel. Mit Riel ist so ein grau-blau. Wirklich so ein bisschen bläulich. Badwurt auf jeden Fall. Hier hat er nichts, der Dude. Wie sieht's denn hier aus? Hier ist sehr viel weiß. Wir könnten uns englosen die Toga sowie so ein Assassine verkleiden. Wie Ezio oder Alter Ehe. Nope, hier gibt's auch nichts. So, und wieder raus. Dann wollen wir Richtung Süden weiter. Hier gab's ja noch einen Laden da vorne. Das da. Genau, Fun Shop. No, wie sieht's hier aus? Hier hat er nichts. Hier nichts. Finde schon schade. Dass wir hier so gut wie nie den Stuff kriegen, den wir haben wollten. Wir haben glaube ich insgesamt nur zweimal wirklich Dädrische Rüstung gekauft. und zwar glaube ich davon die andere Variante und ich glaube davon eine andere Variante, oder? Ne, das Long Slot haben wir gekauft, weil das besser war und dann haben wir kurze Zeit später denselben gefunden. Ich glaube so war das. dann haben wir dann haben wir hier noch drei Läden im Süden dann schauen wir mal wie wir hier weitermachen weil zu Midorra können wir nicht zurück zu Minizera können wir nicht zurück hier haben wir noch das weg und dann haben wir noch Und das würde mir schon gefallen, wenn ich das in so weiter Richtung kriegen würde. Ok, dann den da haben wir übersehen, glaube ich. So, da haben wir es. Doch, haben die nichts. Ich bin der drin. Ja, gute Dame, ist mir egal, dass du hier nichts anhast. Ich will Ware kaufen. Zeig mir deine Ware. So, ok, dann gehen wir mal hier hin. Den einen Raum haben wir da ausgelassen, genau. Ja, da gibt es noch so viele Läden hier. Und da haben wir noch zwei Läden, die wir noch abklappern müssen. Schauen wir mal. So, ich habe eben noch ein Stück getrunken und jetzt kann ich wieder. So, wie sieht es aus? Hey, das ist ja... Ja, wie soll ich es sagen? Passt mir gerade gar nicht, dass wir hier wirklich nichts von den Krams finden, den wir haben wollen, den wir brauchen. Hier waren wir noch nicht und hier ist auch nichts. Achso, ich wollte schon sagen, die Musik war gerade ganz anders. So, dann haben wir hier noch einen Generalsport. Ja, dann können wir gleich eigentlich herausfinden, wie das dann ist. Jetzt nachts, nachdem wir... Dead Reclaimer, das wäre auch was. Aber wir sind lieber einhändig mit Schild. Also, Claymore wäre auch was. Ja, wieder die nackte Dame hier, natürlich. Ich glaube, die macht das mit Absicht hier so rumlaufen. Guck mal, die zwinkert mir sogar zu. Die wildert. Die macht das wirklich mit Absicht hier, die. Aber solange die mir nix täterisches verkauft, ist mir egal, was die da macht. Ich will kaufen gehen hier, ja? Ich will alles kaufen. Okay, dann fangen wir mal. Nicht, dass es jetzt am Ende heißt, wir müssen da, wo wir Woodburn erledigt haben, nochmal irgendwie hin. Vintage Elixir, achso. Dann müssen wir eher hier hin. Nicht, dass wir da irgendwas jetzt vergessen haben bei Woodburn. Warte, das war jetzt Jubilier. Da haben wir zwei Schmiede. Ich hoffe, die haben jetzt was. Hätte auch was hier. Hätte auch was hier. Mit Siegel, Ride, Bordern haben wir schon, aber. Orkisch ist aber auch so gut wie Selten. So gut wie gar nicht da. Ich muss schon sagen, Daedric ist häufiger in den Flubs als... Hier das andere Bier. Also. Daedric ist schon häufiger als Orkisch. So, dann haben wir hier noch einen Packshop und hier noch einen Orkshop. Gucken wir mal da. Das ist eine Kneipe. Kneipe wollen wir jetzt erstmal noch nicht hin. So, wo ist der Rockshop? Da ist der Rockshop. Hat da auch nichts. Jo, ruckel, ruckel. Geil. Ruckel, ruckel, ruckel. Das Beste. Und wir haben es doch gerade gesagt, Orkisch Katana. Ich will aber Daedric Katana haben. Daedric Katana ist das beste Einhandwaffe, was ich hier habe. Daedric Katana ist das beste Einhandwaffe. So, und zurück. Was sagten die Uhr jetzt? 1742. Das heißt, die Läden haben auch nicht mehr lange auf. Okay, die Banken sind schon zu. Die haben immer nur von 11 bis 15, glaube ich, war das. Boah, in der Bank arbeiten, das wär's. Da ist ein Leben. Daedric Wacki Zaspi ist nicht das, was ich haben wollte. Ich hatte jetzt kurz gedacht, das wär jetzt... Da wär jetzt das Katana. Wenn das jetzt gewesen wäre, das wär so schön. Ja, okay, aber mehr finden wir hier jetzt auch nicht. So, dann haben wir noch 1, 2, 3 Läden, 4. 4 Läden haben wir noch vor uns. Im Norden. Und die müssen wir auch noch schaffen. So. Warum haben die nichts, von dem wir die haben würden? Ich brauche ja nicht viel. Ich suche ja nicht viel. Die liefern immer nur die schlechten Sachen. Beziehungsweise die Sachen, die ich nicht brauche. So. Ah, okay. Krass, also jetzt ist hier dunkler geworden. Man sieht das jetzt richtig. Dass hier dunkler wird, dass es abends wird. Beziehungsweise nass. Auch hier drin, dann mit der Helligkeit. Ah, und jetzt spielt schon die Nachtmusik. Ist ja auch schon 18 Uhr. So, Nordwesten. Da haben wir einen Laden. Hier sind gleich drei. Okay. Drei Kneipen. So, dann kann das sein, dass wir gleich erfahren, wie das hier jetzt ist mit den Landen und den Geistern. Hier in der Hauptstadt. Hier in der Hauptstadt. Oh, da haben wir den. Der hat aber auch nichts, der trifft es. Hier auch nicht. Hier nicht. Hier nicht. Hier nicht. Ich hoffe, wie es hier aber in dem Gebäude dunkel wird. Da feiere ich ein bisschen. Da hat er aber jetzt nichts. No. Ah, komm. So. Auch nichts. So, welcher fehlt noch? Der hier. Nur der eine Vintage Store. So, da. Da ist er. Letzter Laden für heute. Daedric Daikatana, Daedric War Eggs, Leverhand. Der hat gleich zwei daedrische Dinger. Aber beides zweihändig und zweihändig. Ah, packt mich das ein bisschen ab. Aber egal, dann sehen wir zu, dass wir in der nächsten Folge irgendwie weiter vorankommen. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. Bei der Zähne ist noch mehr. Keiner, da ist noch einen Moment. Bei der Zähne ist noch ein paar Minuten. Aber bei dieser Zeit, da war es mir. Also, wir sehen uns imит auch auf jeden Fall. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020